Eine optimale Versorgung im Sport ist das A und O und wir bei WUNUTRITIONS sind sehr stark spezialisiert auf eure Performance im Sport und ich zeige euch jetzt mal so, wie das in etwa uns sehen könnte, um da mal so ein bisschen roter Faden in das Ganze reinzubringen. Und zwar ist immer wichtig, das ist bei mir früher immer das Problem gewesen, ich bin nach der Arbeit nach Hause gekommen und habe nie gewusst was essen. Es ist immer so, was soll ich jetzt essen, soll ich überhaupt etwas essen. Ich würde euch hier WUNUTRITIONS scheiben empfehlen. Wenn ihr vor dem Training circa eine Stunde vor der WUNUTRITIONS scheiben nehmt, dann habt ihr alle drei Makronährstoffe drin. Ihr habt eine optimale Ernährung, eine optimale Zusammensetzung, aber es liegt auch nicht auf. Dann kommt es nachher darauf an, wie intensiv ihr trainieren wollt. Wenn ihr einfach ein normales Training machen wollt, dann würde ich euch immer empfehlen mit dem WUNUTRITIONS Ultra Endurance trainieren. Weil bei diesem Produkt habt ihr den Vorteil, ihr habt wieder alle drei Makronährstoffe drin, ihr habt alle essentielle Aminosäuren drin, ihr habt kurz-, mittel- und langkettige Kohlenhydrate, ihr habt ein bisschen MCT-Fett drin. Das heisst, das Produkt ist einfach die optimale Versorgung, auch wenn es darum geht, möglichst wenig Kohlenhydrate, weniger Zucker zuzuzuführen. Wenn ihr aber sagt, ich habe ein bisschen schnelleres Training, dann ist natürlich das WUNUTRITIONS Super. Es ist perfekt zum Fussball spielen, zum Badminton spielen, zum Joggen. Das wird immer funktionieren. Und wenn ihr wirklich mal ein bisschen schneller unterwegs sein wollt, wenn ihr einfach mal eva-kollege wollt, so richtig abheichen, dann ist natürlich hier das WUNUTRITION mit Abstandsbrutal schon, was es momentan auf dem Markt gibt. Das Produkt schlägt alle Rekorde an. Und wenn ihr das mal ausprobiert, dann werdet ihr wissen, von was ich jetzt hier spreche. Was ihr aber auch noch machen könnt, ihr könnt INGERS WU-Liquid in jedes Produkt zusätzlich drin mischen. Auch das gibt einem absoluten Booster zusätzlich. Und wenn ihr nachher vom Training zurück seid, dann würde ich euch empfehlen, sofort wieder ein Level WU-Reset nehmen, um zu regenerieren, damit ihr das Laktat abbauen könnt, das Cortisol reduzieren könnt oder den Körper reinigen könnt. Ich persönlich tue gerne WU-Reset gerade mit dem WU-Shape mischen oder mit dem WU-Protein. Dann seid ihr wirklich optimal versorgt. Ewa Körper kann ideal ins Recovery kommen und ihr gebt dem Körper so genau das, was ihr